Dieses Video-Tutorial zeigt die Vorbereitung eines Brückengerüsts aus ColladoCut Cobalt Chrom 4 für die keramische Verblendung, zum Beispiel mit der Metallkeramik IPS Style. Trennen Sie zu Beginn die Gerüstkonstruktion von der Scheibe. Verwenden Sie dafür geeignete, kreuzverzahnte Hartmetallfräser oder Trennscheiben. Schützen Sie sich stets mit einer Absaugung oder einer Schutzmaske sowie einer Schutzbrille vor Metallstaub und Dämpfen. Reinigen Sie die Restaurationen mit dem Dampfstrahler und Ethylalkohol. Arbeiten Sie nun die gewünschte Gerüstkonstruktion aus. Verwenden Sie hierfür Hartmetallfräser oder keramisch gebundene Schleifinstrumente. Achten Sie darauf, dass keine scharfen Kanten und Ecken verbleiben. Arbeiten Sie stets in eine Richtung, um Materialüberlappungen zu vermeiden. Strahlen Sie die Verblendfläche mit 110 µm Aluminiumoxid bei 2 bis 4 Bar ab. Reinigen Sie das Objekt nun erneut unter fließendem Wasser sowie mit dem Dampfstrahler. Führen Sie unter Vakuumbedingungen bei 980 Grad Celsius und mit einer Haltezeit von einer Minute einen Oxidbrand durch. So können Sie die richtige Konditionierung des Gerüsts visuell besser kontrollieren. Entnehmen Sie das Gerüst bei vollständig geöffnetem Ofen und überprüfen Sie die Gerüstoberfläche. Sie sollte mit einer gleichmäßigen Oxidschicht bedeckt sein. Strahlen Sie nun die Verblendflächen mit 110 µm Aluminiumoxid bei 2 bis 4 Bar ab. Reinigen Sie das Objekt anschließend nochmals unter fließendem Wasser sowie mit dem Dampfstrahler. Das Gerüst aus Collado Cut Cobalt Chrom 4 ist nun bereit für die Verblendung mit einem kompatiblen Metall-Keramik-System. Sie können dabei auf den Auftrag eines separaten Keramikbonders verzichten. Weiterführende Arbeitsschritte für die Verblendung mit der Metall-Keramik IPS Style finden Sie in den entsprechenden Videotutorials. Untertitelung des ZDF für funk, 2020 Vielen Dank.